Hallo? Hey Alter, wo bleibst? Wird schon, Alter. Wird einer vorgrühen. Pass auf, dass du nicht verbrennst, Alter. Wie meinst du das? Finger weg von der Mona! Hey, was ist los mit dir, Mona? Du hast echt scheiße aus. Hey, ähm, der Emil, der ist doch sicher auch im Open Air, oder? Wenigstens ist Marc nicht dabei. Kann ich wieder halt nicht hingehen. Hey, wenn der Zivildienst nicht wär, ich wär viel lieber bei dir. Weil du in der Nähe der zivildesten. Was ist das, was ist es? Was ist das, was ist das? Was ist das? And it's good enough, good enough for me, and it's good enough. Was ist das? Was ist das? Oh! Geld. Echt Geld. Vergesagt. Ja, hallo Lisa. Ist die Mona bei dir? Äh, im Moment nicht. Es geht gerade total ab. Glaubst du, ich lasse von dir den Abendversammlung? Glaubst du, wer du bist? Mona! Mona! Hey, was soll das? Mona! Hey, Marc! Stefan! I love you so, so much. Oh, das geht sich gar nichts an. Ja. Alter, du Sau! Das nervt. Boah!